Hey, hier ist Christine und willkommen zu meinem neuen Video. Wundert euch nicht, wenn ich mich irgendwie komisch anhöre, ich bin krank. Ich habe mich erkältet und angesteigt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es mir nicht so gut, aber ich dachte, ich drehe dieses Video trotzdem für euch. Es geht nämlich mal wieder um die Welpen. Sie sind nämlich schon so groß geworden und es gibt so einen großen Unterschied zu früher, also vor etwa zwei Wochen und zu heute. Und ich habe mal während dieser zwei Wochen, drei Wochen, die Welpen mal gefilmt und es gibt wirklich voll die großen Veränderungen vom Anfang des Videos bis zum Ende. Deswegen wartet bis zum Ende des Videos, denn umso älter sie werden, umso lustiger und süßer werden sie. Sie fangen nämlich langsam schon an zu spielen, zu gucken können sie nämlich auch schon. Das habe ich euch sogar in meinem letzten Video schon gesagt. Und ja, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich habe von diesem Video noch zwei weitere Teile. Das heißt, wenn ihr die zwei Teile sehen wollt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. In diesem Video habe ich nur ein paar Aufnahmen von den Welpen gemacht. Das heißt, ihr werdet mich jetzt am Anfang und am Ende des Videos sehen und ich glaube einmal im Video, da sage ich aber nichts. Ich habe das alles mit Musik hinterlegt und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem auch, auch wenn da nichts gesagt wird oder so. Aber es ist einfach so eine kleine Erinnerung für später, wenn die Welpen mal größer sind. Und ich fand es einfach so süß und eine gute Idee und deswegen habe ich es gemacht. Also guckt das Video unbedingt bis zum Ende. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020